so jetzt geht es weiter mit der nächsten folge die nächste folge haben ja einige missionchen hier so aber ich möchte erst mal die rieten für anubis machen ja hier das haben wir ja heute folgen gemacht ich stehe doch die ganzen pferde rum von denen ane nicht so ich habe nur dort mit ria ich wollte nur gerade mal gucken ob da immer was ist was wir vielleicht wissen die nächste quest ist mich hier und dann hatte ich mir da gehen wir mal zu fuß hin weil nicht das war regeln müssen da ist sie siehst du bist entweder sehr tapfer oder sehr töricht zurückzukehren noch heute nefertari habe ich recht ein tausendfacher segen ist lange überfällig das war roth jacks frau hast du mit etwas anderem gerechnet folge mir war und behalte deinen tausendfachen segen du wirst ihn brauchen so folge nefertari du siehst gut aus besser als beim letzten mal bist du nun erfahrener was das töten angeht gut hier war nur der anfang ja deine jagd der ria wohin führst du mich du leistest ab bitte bei anubis ab bitte ich habe keine ahnung wovon du sprichst natürlich wie solltest du du warst ja auch sofort weg wie du weißt sammeln wir hier das natron für ganz ägypten das meiste schicken wir nach menschen um die toten damit zu bedenken ich fühle mich gut leider kutschen die immer sehr häufig das gleiche natron hat vielerlei verwendung ich könnte damit eine wunder reinigen oder zum beispiel das blut von meinen händen waschen es wird besser ich lasse dir gleich etwas gegen die schmerzen bringen und mein bruder er holt sich er braucht ruhe du musst mich nicht daran erinnern so und nun warum müssen so viele aus deinem volk leiden weil anubis erzürnt ist seit du uns verlassen hast sind die ganzen fackeln an seinen schreinen erloschen wir werden nicht länger beschützt vor was dem zorn des anubis was immer es ist viele wurden verletzt als sie sie wieder entzünden wollten andere sind ganz verschwunden es ist klar dass anubis eine wiedergutmachung erwartet und zwar von dir allein dem über dem der 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 in der das sollten du auch wenn du darauf hoffst dass ein nur bis und ich dir jemals verzeihen so vier bring bitte etwas weihrauch zu den männern am becken ich muss dich nicht zur vorsicht mahnen nicht wirklich es sind insgesamt drei schreine einer im süden einer über einer natürlichen quelle und ein weiterer in der knick pyramide den weg dorthin kennst du ja schon so ok 60 meter nummer eins da gehen wir mal rüber und mach mal gottes sprach jetzt werde licht doch kreffen den schalter nicht naja gut aber wir aber die ja ja die krieg pyramide ist klar durchaus das ist ja nie los sowieso das kompliziert haben da unten eine der fackeln von anubis müsste hier sein in daguerstum gestürzt wo ist die schale das war ja gerade ja sowas beschädigt da unten so was jemand fiel oder wurde gestoßen naja der da und so ein bisschen drumrum paddelt der fatale hat nicht übertrieben der hier starb beim entzünden der fackel dort ist die schale da ist die schale ja sie ist ins becken gefallen hat die fackel umgestoßen wurde dann holen wir da bringen wir so und machen sie mal kurz an das sollte reichen jetzt muss ich sie nur noch entzünden ja gut das kann man torwächter der du ich ehre deinen namen gut also drei fackeln dann machen wir die zweite und die dritte ja wir sind da oben ist die knick pyramide habe ich ein schnellreisepunkte irgendwo ja hier habe ich das ist gut ja für lagerste der wir haben ja auch schon zwei mittlerweile getötet und ich habe drei auf jeden Fall noch mal zusammen zwischen level 20 und level 40 so jetzt haben wir noch mal welche in der knick-pyramide die war in der nächsten fall die machen werden sehr wahrscheinlich zumindest dann kommt die dann auf jeden Fall ist